Das ist eine Corsair. Hier, da hast du sie. Es ist eine Corsair. Das gleiche Modell wie der Skipper. Aber der hat auch Gewehre. Und der hat sechs Maschinengewehre in den Flügeln. Das ist ein Flugzeug aus dem Flügeln. Hier ist sogar ein Beton der. Die Flügel sind da ja schwer eingepackt. Wir sollen das hier erst wegbekommen, Piet. Ich kann auch mal hier diese Teile auspacken. Hier sitzt der Pilot. Ich schaue das Fahrwerk ein. So fährt das Fahrwerk rein und raus. Jetzt wird der Rumpon die Flügel zusammengesetzt und verschraubt. Ich schaue das Fahrwerk rein. 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 Ich schaue das Fahrwerk rein.